Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mullybeer-Matterning. Wir sind heute beim 41. Tag, dem 26.10 und es ist Freitagabend, viertel zwölf, wenn ich das mal umstellen. Na gut, 23.20 Uhr und ja, ich muss noch eine Folge aufnehmen. Ich habe heute noch kein Starcraft gespielt. Ab sich im Fortnite. Auch sehr interessantes Spiel. Müssen wir eigentlich auch mal wieder bringen. Aber das streamen halt zu viele und das ist halt so. So, wir spielen erstmal gegen Toss. Da kann ja nur Cheese kommen. Muss halt aufpassen, was er spielt. Meistens kommt dann bei Mirror Match irgendein Schieß oder irgendein Roll-In. Ey, keiner gerne gegen sich selbst spielt. Ich weiß nicht warum. Ja, normales Makro-Germ ist sehr selten. So, Retrono boosten unsere Worker. Bis jetzt habe ich nur nix auf der Map gesehen. Bis jetzt habe ich nur nix auf der Map gesehen. Das ist jetzt alles Standard. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, Kern-Standard. Oh, Kern-Standard. Oh, Kern-Standard. Nichts zu wissen, wo jetzt die... Oh, okay, Perlen ist auch zuhause. Also bis jetzt sind alle, äh, nehmen wir das Gleiche. oh, was ist das Gleiche. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Es ist jetzt oben kein Lindenbauern bei der Sonne. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich würde gerne gucken, ob er eckst. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend... Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Vorwärts. Hat schon der eckst. Dann hat er nichts zum Verteidigen. Was wünscht ihr? Niemand kann uns aufhalten. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. So soll es geschehen. Was wünscht ihr? Vorwärts. So soll es. Wir dienen mit Stolz. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Was ist los? Ich bin das Herz. Jetzt geht's. Forschung abgeschlossen. Dies müsst ihr in einem Energiefeld halten. Ich bin sehr erstaunlich, dass er schon so viele Stalker hatte. Was ist los? Ich bin vier. Wir haben schon sie für eine Exasen. Seltsam. Ich bin gleich fertig. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir müssen auf jeden Fall noch den... Dings hier bauen, den einen beobachtet, damit wir gucken können, aber nicht zufälligerweise auch... So viel hat er gar nicht. Hat er schon eine Robo? Ja, eine Robo hat er schon. Oh, was braucht denn da schönes? Twilight? Oh, Doppelrobo? Oh, oh. Dann brauchen wir auch eine. Wir bauen das Twilight auch gleich mit. Ich glaub nicht, dass er lange hierbleiben, äh, Passiv spielen möchte. So, wir nehmen auf jeden Fall jetzt eine dritte. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und müssen auf jeden Fall unbedingt mehr unsterblich bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Können vielleicht den Vorteil haben, dass wir ne... ...ix mehr haben, aber da hat auch mehr, eher mehr Truppen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ein Leben für Ajuak. Ihr müsst zusätzliche Kronen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Stammt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Energie. Erneuert die. Ihr habt nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Energie. Warten wir noch ein Stückchen vor. Wir wollen uns ja nicht überraschen lassen hier. Ihr habt nicht genügend. Ich bin hier. Ein Leben für Ajo. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Jetzt kommt er. Erneuert die. Eure Krieger bekämpfen wir. Ich bin hier in die Schatten. Nein, sie sind kämpfen. Hm. Mein Leben für Ajo. Der Kampf für Ruhm wird unser sein. Die Ruhm fährt. Der Kampf für Ajo. Ich hab' auch noch nie genügend. Ich kann gerade nicht überraschen. Ich weiß nicht, was ich hab' auch. Das war schon. Das war's für heute. Mein Leben für Ayoa. Es ist vorherbestimmt. Bala du. Mein Leben für Ayoa. Ach, Mist. Mein Leben für Ayoa. Gigi. Mist. War knapp. Warum die nicht gefeitet haben bei mir, das habe ich nicht verstanden. Ich hätte mehr Geld haben müssen und schneller produzieren müssen. Naja, egal. Nur noch eins. Hätte ich echt gewinnen können. Habe ich mehr Kolosse gehabt? Lange Upgrade für die Kolosse gehabt? Hm? Ja, klar. Ich bin gleich zu fertig. Ich nehme gerade auf. So, da geht es auch schon weiter. Wir spielen gegen Terraner. So, dann müssen wir nicht zumachen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. So, dann müssen wir nicht zumachen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. 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 Summe 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 So, hier machen wir mal ein schnelles Spiel draus, müssen wir was ausprobieren. Mal gucken, ob wir selber mal proxieren können. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. 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 Oh, ich hab schon gedacht, das ist einer. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Mein Herr, ich ließe Hilfe in den Schatten. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. So, ich glaub, One Waze ist das, glaub ich, totaler Blödsinn. Aber ich weiß, wir probieren es trotzdem. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Warten wir auf den zweiten Starwalker. Was ist die Leer? Was ist euer Beginner? Nun gut, lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. L rehchen wenn ich Ihre Wut perto machen, im Namen der Flasche. Aber ich hab nicht gelügend Mineralien. Ich bin sehr. Jetzt warten wir noch, bis der draußen ist. Erneut Dill, ich bin hier. Ihr habt nicht gelüben Mineralien. Ich bin hier. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Glück verkackt. Ich bin hier. Ich bin hier. Wie ihr will. Ich bin hier. Ich bin hier. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Der Panzer ist halt zu heftig. Faszinierend. Er hat halt auch den Vorteil, da kann die jetzt irgendwo exen. Ihr benötigt mehr des Pinga. Ich bin hier in den Schatten. Kalt ist die Leere. Wir werden ewig dienen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich... Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Shit. Erneut die Leere. Wie Schatten kannst du viel weiße. Was sind die? Ich bin hier in den Schatten. Wir sind whileig. Ich bin hier. Ich bin das Herz der Finsternis. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich habe nicht genügend Mineralien. Ich bin hier, ich bin Schatten. Hat ich Speed? Ich kann es mal zeigen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö tschö, Mutti Bären! Bis dahin, tschö tschö tschö. Bis dahin, tschö tschö tschö, Mutti Bären! Untertitelung des ZDF, 2020